Hallo und willkommen auf meinem Kanal DillDesign. Wir machen heute mal einen Gesichtstausch. Ihr werdet bestimmt auch schon viele Tutorials gesehen haben, egal ob das Photoshop ist oder irgendein anderes Programm, wie man einen Gesichtstausch vornehmen kann. Ihr seht es selber hier in dem Bild, ich habe das schon einmal durchgeführt, es sieht eigentlich schon sehr sehr gut aus. Aber was viele in den Tutorials nicht zeigen, die fahren dann nämlich nicht an das Gesicht nah heran. Und das werden wir hier einmal machen. Und zwar sehen wir hier Unterschiede. Wir sehen hier ist eine komplette andere Hautstruktur und das Bild was ich hier zum Austausch verwendet habe. Das hat eine ganz andere Hautstruktur wie das hier. Und das zeigen viele Tutorials nicht, wie man das beheben kann. Und darum geht es heute in diesem Video. Aber vorab möchte ich euch noch einen Hinweis geben in eurem eigenen Interesse und natürlich auch in meinem Interesse. Voriges Jahr hatten wir schon einmal den Adventskalender. Da gab es jeweils zum Adventssonntag ein kleines Geschenk. Und ich werde das dieses Jahr ausweiten, da es voriges Jahr eigentlich relativ gut angekommen ist. Dieses Jahr gibt es einen Adventskalender vom 1. bis zum 24. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein kleines Geschenk. Wenn ihr diese Geschenke haben wollt, dann guckt einfach das Video. Der Link liegt dann meistens in der Videobeschreibung und die könnt ihr dann einfach runterladen. Und diese kleinen Geschenke könnt ihr dann in eure Arbeiten in euren Prozess mit einbeziehen. Also wer Geschenke haben möchte kostenlos, dann schaut euch den Adventskalender an. Der Adventskalender bleibt vom 1.12. bis zum 31.12. hier auf YouTube bestehen. Am 01.01.2025 ist dieser Kalender dann nicht mehr verfügbar. Also schnell sein. Und jetzt wechseln wir einmal in unser Gesichtstausch Problem. Wer wollte früher nicht einmal so wie Supergirl sein? Das haben bestimmt viele, viele Mädchen sich gewünscht. Vielleicht auch ein paar Jungen, wer weiß. Wie man einen Gesichtstausch vollführen kann, ist eigentlich relativ einfach. Aber die Struktur der Originalhaut beizubehalten ist ein Problem. Ich habe hier einmal das Bild von unserem Supergirl. Und dieses Bild werde ich einmal duplizieren mit STRG und J. Ich werde dieses Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild umwandeln mit STRG, SHIFT und U. Ich gehe dann einmal auf Filter, andere Filter und Hochpass. Und jetzt müsst ihr euch einen Radius einstellen, der die Hautstruktur gut sichtbar macht. Das wäre zu viel. Ich würde mal sagen, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und ich klicke einmal auf OK. Ich werde jetzt auf diese Ebene eine schwarze Maske erstellen. Und zwar mit gedrückter Alt-Taste und ein Klick unten auf das Maskensymbol. Und diese Ebene stelle ich in den Modus überlagern. Ihr könnt auch weiches Licht nehmen. Das müsst ihr mal ausprobieren, was für euch besser ist. Ich schalte mir die Ebene ein, die ich zum Gesichtstausch haben möchte. Und fahre jetzt ein bisschen näher heran. Ich nehme mir einmal das Lasso-Werkzeug. Und mache mir eine Auswahl aus diesem Gesicht. Ihr könnt natürlich auswählen, was ihr möchtet. Ob ihr jetzt nur den Mund austauschen möchtet oder auch nur die Augen oder auch bloß die Haare. Das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Wir haben jetzt eine Auswahl auf dieses Gesicht gestellt. Wir müssen die Ebene von dem Gesicht hier oben auch einmal anwählen. Und mit STH, G und J schieben wir die Auswahl auf eine eigene Ebene. Die Original-Ebene kann ich jetzt entweder ausschalten oder ich kann sie auch gleich löschen, wenn man das will. Ich gehe wieder hier oben auf die Gesichtsebene und stelle mir die Deckkraft einmal etwas niedriger ein. Wenn ihr im Verschieben-Werkzeug seid, dann klickt einfach eine Zahl auf euren Nummernblock, zum Beispiel die 5, dann wird automatisch die Deckkraft auf 50% gesetzt. Mit STH, G und T holen wir unseren Transformationsrahmen und schieben das Gesicht jetzt hier auf das andere Gesicht drauf. Jetzt müsst ihr das natürlich positionieren, wie ihr es braucht. Mit gehaltener Shift-Taste könnt ihr jetzt die Anfasser anfassen und euch das dann so hin und her schieben, wie ihr es braucht. Die Augen, die Augenbrauen und der Mund, das sollte einigermaßen deckungsgleich sein. Ich würde mal sagen, das sieht eigentlich relativ gut aus. Und dann einmal Enter oder in die Ebene einfach hier rein klicken. Jetzt drücken wir einmal die Taste 0, um das wieder auf 100% zu stellen. Mit gehaltener STRG-Taste klicken wir hier oben in das Thumbnail der Ebene hinein, um die Auswahl wieder zu aktivieren. Wir gehen auf Auswahl, Auswahl verändern, verkleinern. Jetzt müsst ihr eine Pixelanzahl eingeben und das ist entscheidend, wie groß euer Bild ist. Wenn ihr ein großes Bild von 3000 x 4000 Pixel habt, dann könnt ihr hier zum Beispiel eine 20 eintragen. Wenn ihr eine Bildgröße von ungefähr 400 x 500 Pixel habt, dann wäre eine Pixelanzahl von 2 oder 3 vielleicht notwendig. Also das müsst ihr dann selber entscheiden. Probiert es am besten aus. Ihr könnt das hier jederzeit wieder rückgängig machen. Ich habe hier einmal 5 Pixel und klicke einfach auf OK. Ich wähle jetzt das Originalbild einmal an und drücke die Entfernen-Taste. Was jetzt passiert ist, wir haben das Gesicht aus dem Originalbild einmal herausgeschnitten. Mit STRG und D hebe ich die Auswahl dann wieder auf. Ich werde beide Ebenen markieren, gehe auf Bearbeiten und automatisch überblenden. Und jetzt sehen wir das wurde im Originalbild angepasst. Und wir haben jetzt dieses Problem mit dieser unterschiedlichen Hautstruktur. Und hier kommt die Hochpass Ebene zu tragen. Ich aktiviere einmal die Maske, nehme mir einen Pinsel mit weißer Vordergrundfarbe und kann mir hier oben die Deckkraft einstellen, so wie ich es haben möchte. Und jetzt fahre ich hier einfach in der Maske mit dem Pinsel drin rum und hole mir die Hautstruktur des Originalbildes wieder zurück. Dass sich das auch einigermaßen anpasst. Wenn ich jetzt die Deckkraft etwas reduziere, dann kann ich das etwas weicher gestalten. Und dann kann ich das etwas weicher gestalten. Wenn euch der Übergang hier so ein bisschen noch zu hart ist, dann könnt ihr euch einmal hier das Bereichsreparatur-Pinselwerkzeug nehmen. Stellt hier eure Pinselgröße ein und ich würde euch eine weiche Pinselgröße empfehlen. Und dann fahrt ihr nochmal über diese Kante hier drüber hinweg. Dazu müsst ihr das Originalbild einmal anwählen. Und dann hier einmal drüber fahren. Und dann könnt ihr hier auch so ein bisschen retuschieren. Okay, das war jetzt ein bisschen unglücklich. Strg und Z wieder zurück. Und so könnt ihr nach und nach ihr euer Bild beim Gesichtstausch bearbeiten. Ich wünsche euch dabei viel viel Spaß. Wir sehen und hören uns dann im nächsten Video wieder. Winke, Winke, Euer Frank